Drei, zwei, eins! Heute wurde in Landau feierlich die Landesgartenschau 2015 eröffnet. Redner waren unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Oberbürgermeister der Stadt Landau, Hans-Dieter Schlimmer. Die Landauer Band Dicke Kinder spielte den offiziellen Song zur Landesgartenschau. Auf der Landesgartenschau sind 185 Tage lang zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen zu bewundern. Der Eröffnungstag war wirklich sehr, sehr schön. Die Eröffnungsfeier war super und das Wetter hat auch gestimmt. Und jetzt sind viele, viele Menschen hier auf dem Gelände. Was Schöneres kann man sich eigentlich nicht wünschen für einen Eröffnungstag. Also ich bin glücklich heute, weil es war ja schwierig genug die letzten Jahre. Und wenn man dann ein Glück hat mit so einem schönen Wetter, die Ministerpräsidentin da ist, dann macht das einfach Spaß. Also Sie sehen einen glücklichen Oberbürgermeister heute. Vielen Dank.